Ich habe den Hydro-Pool zu der einen Seite Entspannungsräume, diese Entspannungsräume, die heißen die, diese Steinliegen, die sind, genau, und dann vor dem Halbfenster, der macht das Blick, braucht es mehr, wir haben zehn Handfräume hier ungefähr für Massagen, natürlich Beautyanwendung, die Saune hier aber, ob man, amerikanische Stücke, nicht textilie, die sind ein bisschen, ja, das ist ein bisschen cooler, also amerikanische Stücke, das ist meistens so.